Hallo Mädels, heute zeige ich euch ein paar Gele von ABC Nail Store. Das habe ich von der lieben Ines zugesandt bekommen und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Das ist das Beach Splash 555, ein Farbgel und das Beach Splash 554. Am Ende des Filmes trage ich euch die zwei Farbgele noch auf. Dann habe ich noch drei Fein bekommen in einer 150er und 180er Körnung. Dann habe ich noch ein paar Schablonen bekommen, die sind geeignet für kurze Studiomodellagen. Ich persönlich finde die sehr schön. Dann haben wir hier den Diamant-Bilder. Das ist ein Imphasengel, also es heißt für alle drei Phasen geeignet. Dann haben wir das Impuls Silk Patch Rosé. Das ist auch ein Bilderaufbaugel. Ich finde, der hat so einen klamourisen Touch durch das leichte Glitzer, was da drin ist. Wunderschön. Dann das Soft White French Gel. Und zwar, das ist auch ein Bildergel, damit kann man halt auch verlängern. Und ich glaube, man kann damit auch pinchen. Dann das Soft White French Gel. Dann haben wir noch das Diamant-Kloss. Das ist ein einfaches Glanzgel. Und das Green Peach. Das ist ein Phasengel. Und man kann das auch als Hauptgel verwendet. Die Farbgel lassen sich wunderbar dünn auftragen und ziehen sich von alleine glatt. Sie sind super für on top geeignet. Und das ist ein einfaches Glanzgel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß beim Kaufen. Ich werde jetzt erstmal die Produkte testen. Bis zum nächsten Mal. Ich dann auch bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zin episode. Bis zum nächsten Mal. Üç